dann schauen wir mal ob wir es jetzt finden das soll irgendwo da im nordwesten Richtung der höhle sein oben bei dem tower da irgendwo mal gucken ich habe das einfach mal nachgeschaut also eigentlich schon in der letzten folge aber würde schon gerne die quest abschließen aber ewig lang rumsuchen habe ich momentan aber auch absolut keine lust muss ich irgendwo in die richtung nein komplett falsche richtung oh man Oh ich hasse diese Spielegegner Zwei Schiss, ich war tot Okay, jetzt wiederholen wir die Alter, ein Schuss, ich komm nicht mal ran. Hör, ein Schuss, ich komm nicht mal ran. Oh man, ich komm mir nicht mal ansatzweise ran. Sind es die vielleicht? Da würde dann nicht sein Name da dran stehen? Das hat sich da einfach... Nee. Ammanamaha. Ammanamaha. Das ist so schwer. Da haben wir sie doch. Aber haben Pullen die so viel Zeugs hier? Das ist so schwer. 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 Das istoo crucial. Das ist so schwer. der jedi kommt wenn ich hier wieder runter gebe bin ich aber tot ja äh soll die chill nicht aufgehen naja bin ich tot deswegen habe ich das Gefühl hier ist ein bug man hat den gegner gehört aber ich komme nicht durch die Tür durch weil die Tür nicht auf geht glaube nicht dass es so sein sollte ja ich muss ja da rein kann ich sagen dass es vielleicht erst bei den höhlen tiefen da irgendwas aktivieren muss spielte die battle musik aber es passiert nichts ja 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 und also ja ja Komm schon, aufbauen. Jeehaa. Oh, so eine Granate macht ja echt an. Hm, der ist jetzt nicht so schwer. Und Attack-Bonus. Down, down, down. Boom. Down. Down, down, down. Zack, 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 zack. Bam, bam, bam. Und das war's. Das ist eine Haare, das ist cool. So. Sieg in den Gebietspass im Untergrund, Labyrinth der einsamen Sande. Hä? Ich glaube, das hier war irgendwas ganz anderes. Naja, gut. Dann beende ich jetzt mal an dieser Stelle die Folge. Und beende für heute auch meine Aufnahme-Session. Jetzt doch ein paar Stunden gewesen. Ich habe wieder für eine ganze Woche Folge aufgenommen. Sollte jetzt erstmal reichen. Ich hoffe auf jeden Fall, sowohl das Let's Play bisher als auch der Livestream hat euch gefallen. Und ich hoffe wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und haut rein. Ciao. Hä? Hä?